Oh, you got what you want. Oh, you got what you want. Ich habe bis vor ein paar Tagen gedacht, dass es schwieriger im Leben diese ganzen komischen Erwachsenen-Sachen sind. Also, ich habe so einen witzig kleinen Ausschlag. Ich habe viele Farben. Leute, mir wird gleich den Pimmel ab. Jetzt habe ich das Gefühl, der schwierige Teil ist, dass man sich traut, einen Lebenstraum zu haben. Kein Bock mehr auf Dating, Arschloch. Und es dann schafft, nicht durchzudrehen, wenn er nicht in Erfüllung geht. Ich sehe gar keinen Wert in meiner Kunst. Was mache ich für mich? Ich habe ja einen Mann. Herzlich willkommen zu Damaged Goods. Komm schon, lass mich rein. Ich hatte einen Scheißtag. Ich will einfach schlafen und Sex auch. Es ist vorbei, Nola. Du kannst gar nicht Schluss machen, wenn wir nie zusammen waren.